Musik Hoch hinaus geht es für die Lehrlinge bei Weigel Lift Systeme. Denn die Palette an Ausbildungs- und somit auch Karrieremöglichkeiten ist bei dem Familienunternehmen mit Sitz in Weizenkirchen groß. Bei uns stehen drei Lehrberufe zur Wahl. Elektrotechnik mit Anlagen- und Betriebstechnik, Metalltechnik mit Maschinenbautechnik und Mechatronik mit Automatisierungstechnik. Bei allen drei Lehrberufen sind dreieinhalb Lehrjahre. Ich habe mir mehrere Firmen angeschaut und das hat mir einfach an mehreren geaugt, weil ich schnuppern gleich mit, abhaken durfte und nicht, dass ich in der Lehrwerkstatt gestanden bin. Das hat mir eigentlich an mehreren geaugt. Der Lehrling wird bei uns eigentlich wie ein normaler Facharbeiter behandelt vom ersten Tag beginnend. Er ist nicht so, dass er in der Lehrwerkstatt steht und nur die Tätigkeit machen muss, übermitteln ihm das natürlich, aber wird eigentlich vom ersten Tag beginnend bei uns als vollwertiger Mitarbeiter aufgenommen. Und so kristallisieren sich im Laufe der Lehrzeit die einzelnen Jobverlieben heraus. Wir haben Mittags Montage fahren richtig und du bist nicht einmal in der Firma drin, dann siehst du mal was anderes. Du bist zum Beispiel dann einmal in Wien oder in Salzburg. Die Technik interessiert mich am meisten, wie es angeschlossen ist, was jetzt dazugehört. Das lernen wir alles und das möchte ich halt verstehen, wie das alles funktioniert, wie der Lift funktioniert, was man da alles braucht. Ja, grundsätzlich im Metallbereich gibt es viele Möglichkeiten zu machen und wir hier innen schwarzen recht viel. Mittlerweile habe ich mir daheim sogar schon ein wenig was zusammengekriegt bis zur Sog und einen schwarzen habe ich mir auch gekauft. Ich habe dann jetzt daheim ein wenig den Keller ausgebaut und da habe ich halt daheim ein bisschen schwarzen da. Dann jetzt tun wir noch das Licht und das verkaufen und das finde ich eigentlich viel super. Und nicht zu vergessen, das gute Arbeitsklima unter den Kollegen. Jeder räumt sich um jeden, es ist ein richtiges Teamwirkerinnen. Da habe ich schon ein paar Freundschaften geschossen. In der Pause kennt man es, man tut sich zusammen in Gruppen und jeder hat seinen Freund. Na dann, wann wirst du Teil des Weigl-Teams?